Ich freue mich so sehr, hier in der Mala von Le Carre bei einer Ausstellung Die Nacht im Glanz zu zeigen und ich bin ganz, ganz glücklich, dass jetzt alle meine Bilder, die ich so in den 22 Monaten, jeden Monat in Vollmond eingefangen habe, oder bleiben und gedacht habe, heute hier zeigen darf. Es ist ein Erlebnis, diese Bilder jetzt wieder zu sehen, so wie sie eng sind, diese Ausstellung, die Menschen überall. Und der tolle Erfolg zeigt uns Janine wieder einmal das richtige Gefühl, gefunden und entwickelt hat, wilde Natur, den Mond und das alles so wunderschön auf die Leimann zu wagen. Ich habe vor vielen Jahren mal in Kopenhagen eine ganz tolle Ausstellung von Gerhard Richter gesehen und dieses Bild, da hatte ich gedacht, dass das war wie so ein Wiedererkennen. Die Nacht im Glanz, für mich ist aber genial, der Glanz in der Nacht. So ist es ja. Es ist einfach draußen schön und wir wissen irgendwie keine Worte dafür. Es ist die ganze Energie, deine ganze Liebe, deine Hingabe steckt hier. Es ist ein Kommerzellner auf der Rest in der Klasse. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020